Heimat. Das ist dort, wo man sich wohlfühlt und halt einfach am schönsten ist. Für uns ist das das Heimatland mit den Regionen Emmetal, Entlibuch, Willisau und Oberargau. Und genau dorthin bringen wir euch. Es gibt hier die Spezialitäten, die man fast in aller Welt kennt und liebt, aber gar nicht weiss, dass sie bei uns ihren Aussprung haben. Und gerade in dieser Emmetaler Högulandschaft dürfen wir es auf der Herzroute zwar aktiv, aber eben noch gemütlich angehen. Und das bis in die Region Willisau, die sich vielseitiges und urtümliches bietet. Die beliebten und modernen E-Bikes werden auch bei uns in unterschiedlichen Variationen hergestellt. Wir haben hier einen Ort, wo sich alle unsere Regionen treffen und man diese selbst perfekt miteinander verbinden kann. Unsere unberührten Landschaften im Entlibuch lassen den Alltag ganz schnell vergessen. Und wer so richtig spüren will, welche Traditionen wir pflegen, soll genau das einmal selber ausprobieren und anschliessend unsere Spezialitäten geniessen. Willkommen bei uns. Willkommen im Heimatland mit seinen vielfältigen Ausflugszielen. va 2 3 0